Das krasseste am Dorf ist natürlich, dass deine Nachbarn besser über dein Leben Bescheid wissen als du selber. Das wurde glaube ich mit in die Geburtsurkunde getackert, da kannst du nix dran machen. Bei mir war das auch so, als die Info draußen war, hier Tane steht auf Frauen, was ja scheißegal ist, kam direkt die erste Nachbarin und meinte so, ja ja, dat hab ich ja sofort gewusst. Hast du hier gesehen? Die Tane ist lepsisch. Ja, dat hab ich sofort gesehen, dat war nicht normal, wie die Mutter mit dat Kind aus dem Krankenhaus kam. Hab ich sofort gesehen, dat Kind, dat hing viel zu sehr an der Mutter dran. Hab ich sofort für den Hans-Peter gesagt, hier Hans-Peter, guck, dat haben wir jetzt davon. Lepsisch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was genau willst du da als Hans-Peter sagen? Ja, jut. Mir sollet eh all sein, solange sie de Tonne vor 22 Euro rausstellt.